Hallo und herzlich willkommen zu neuen und für Gefrorene Stronghold. Heute gehen wir in die zweite Spielerkarte in Burg in Brand. Auf Verteidigung natürlich erstmal. Spieler generierte Karte von Mafio. Fireflies Schwierigkeitsgrad Rating ist recht einfach in der Verteidigung und sehr schwer im Angriff. Das haben wir beim letzten Mal ja feststellen müssen, wie schwer das ist. Eine kleine Burg, ein großer Angriff, der Auftrag ist klar, also fangt endlich an. Das war eine kleine Burg, da bezweifle ich aber stark, Kumpel. Ach, der Spawn direkt vor unserer Fresse hier. Optimal. Zum Befehl. Schultert die Waffen. Ja, sehr gut. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, eure Befehle? Ich hasse ja den Bogenschützen nicht dastehen, wenn sie sollen, ne? Ja. Bogenschützen bereit. Was wünscht ihr? Ja, nein, ich verstehe das nach draußen. Genau, genau. Perfekt. Oh, war das ein Fehler? Das war ein Fehler, oder? Er hat mir das ganze Pech an. Ups. Ja, gut. Ach, das ist auch egal. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Steht zu linksen. Okay. Also ich sag mal so, dass sie bis jetzt eher aus ist, einfach nur wie ein Haufen random zusammengestellte Einheiten überall. Eure Befehle? Einfach auf den Citybox schießen, dann hat er auch schon keine Chance mehr, das passt schon. Ja. Dann ist das auch weg, das Ding. Wir können die Hunde loslassen. Bin zur Stelle. Da können wir ganz was die Wänke kaputt machen. Erstmal ganz kurz mit den ganzen Verlagungsraten. Im Angriff könnte bestimmt richtig nervig sein, glaube ich, weil wir hier spawnen. Der Spawn ist noch echt scheiße gesetzt. So, das noch, wenn wir es kaputt machen, dann können wir es schon reparieren. Wir bemütigen Steine. Uh. Die Steinvorräte sind zu Bogen. Mein Bogen ist euer. Ja, ist schlecht. Mein Herr. In Bewegung. Ja, gut. Zugehenderweise, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das ist jetzt doof gelaufen. Nun ja, passiert. Okay, hier wäre es bestimmt sinnvoll gewesen, die Pekinierung noch oben zu haben, aber ist eigentlich auch egal. Unangegangen. Okay, die schießen wir da nicht. Können wir das bitte mal anzucken? Ich jetzt zwar viel zu spät, aber ist egal. Er will aber nicht, ne? Ja. Das war ja pünktlich. Nice. Er muss ja einen Team kaputt gegangen sein, weil es ein bisschen ärgerlich ist. Aber es hat so viel. Glaube ich. Steht zu Dienst. Sie haben keine Chance. Ja, aber war schon ziemlich ärgerlich. Weiß ich nicht. Gebt euch ein aufgales Gute. Kommt von oben. Ja, die werden jetzt hier nach und nach sterben, die Jungs. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Also wenn die Feldkampfer da nicht langlaufen, und wir die richtig anzünden können, sterben aber noch ganz schön viele von denen. Wie können wir helfen? Wie wäre es da? Hat noch gereicht. Passt. So, jetzt sind die alle drauf. Dann immer anzünden. Zack. Das war's mit den Schwertkämpfern. größtenteils. Jetzt müssen ein paar davon. Nice. Kurz ein bisschen kugeln lassen, die Jungs. Sehr schön. Unser Werkzeug ist eine Aufgabe. Wie können wir helfen? Erst sie schworen. Ziel angepeilt. Jetzt muss ich mal ganz das Ziel töten. Bogenschützen. Feine, bereit. Bogengespannt. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Nice, 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 nice. Eure Befehle. Ich muss dich gerade kurz ein bisschen selber verteidigen, Jungs. Kriegt ihr das dann? Der Feind rammt unser Torhaus ein. Sehr schön. Bitte mal runterkippen. Das wird Ihnen einheizt. Oh, der verbrennt gar nicht. Doch, tut er ganz langsam. Ja, Belagerungszeile, bereit. Echt, jetzt geht das da hin? Was soll konstruiert werden? Das ist zwar ärgerlich, wenn die das nicht hinkriegen. Ja, und der verbrennt trotzdem noch nebenbei. Bogenschützen, bereit. Alles Gute kommt von oben. Eure Lordschaft. Mein Bogen ist euer. Da habe ich leider was verpasst. Wie wär's damit? Aber es ist halb so wild. Wollen wir nicht hin? War so ganz kurz nebenbei gefragt. Was wünscht ihr? Eis wie die Hölle. Okay. Okay. Vielleicht habe ich eh noch so viel verteidigen hier oben. Muss ich auch mal dazu sagen. Also ich glaube kaum, es wird es noch verlieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Unser Werkzeug ist bereit. Und eine Aufgabe. Wie können wir helfen? Würde mich ein bisschen wundern, ehrlich gesagt. Hier nochmal ganz kurz den Topf reinwerfen. Viel Spaß damals. Noch ein bisschen Burn, Damage da oben heraushauen. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Ja, das ist okay. Soll er ruhig machen. Hilft mir auch nicht wirklich viel. Das ist so ein Minitärgelatsche gewesen hier. Ist richtig dumm. Aber ich bin noch im Überlegen, wie wir es machen sollen. Hier auf jeden Fall erstmal das ganze Pech auslösen lassen. Dann auch hier durch reingehen direkt. Da durch reingehen. Am besten hier mit einem Belagerungsturm. Weil da ist kein Feuer unterwegs. Und dann straight reinrennen, denke ich mal. Aber die Schwertkämpfer sind eher alle hier hinten. Vielleicht aber dann Zeitvorteil. Der Feind befindet sich in der Burg. Seid gegrüßt. Ach ja, wer befindet sich in der Burg? Übertreibt man nicht. Wir sind bereit. Was soll konstruiert werden? Was wird in den Einheit? So, und draufmetzeln. Immer wenn er reinkommt, direkt draufschlagen, wie die Irren. So, das war's. Das war ein Sieg auf jeden Fall. Weißt du, wo ich echt ein bisschen gefällt habe. Und das Ding offen war irgendwann. Geht, aber es ist sicher, ich sag mal so, es ist eine nette Karte, bis auf den Spawn von den Angreifern. Den finde ich mich echt da ziemlich scheiße, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil du wirst halt rundumdreht angeschossen. Das ist halt ein richtig Kack-Spawn. Aber die Burg selber, ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Die ist okay gewesen, glaube ich, vom Kämpfen her. Die war gut. Aber weird. Aber er sagt, kleine Burg. Was ist das für eine kleine Burg? Das ist doch eine Riesenburg. Hoch. Mhm. Ich habe ja exakt die Zeit verlangt, damit wir gleich ein bisschen mehr Zeit beim Angreifen haben. Aber wir haben noch nicht gewonnen. Deswegen jetzt stark. Kommt das noch oder nicht? Bestimmt, wenn die weg sind. Oh, den ist noch erwischt. Wie weit die auch geschossen haben, ne? Ist das Ende? Jetzt. Das hat aber ewig gedauert jetzt. Krass. Hallo? Jetzt häng ich hier im Endbildschirm fest, oder was? Mein Gott. Na komm schon. Ich... Hä? Sieg. Aha. Er hat gemerkt, dass wir gewonnen haben. Cool. Ja, also ich bin ehrlich, die B-Karte finde ich irgendwie echt komisch. Beim Angreifen haben wir wahrscheinlich wieder nur so 10 Soldaten. War ja so klar, Mann. Ah. Weißt du? Das ist doch schon echt unfair, oder? Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.